so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen volk eurotrack simulater 2 jawoll und ja ich muss sagen wir suchen uns mal eine neue strecke aus aber eigentlich könnte man doch mal irgendwann mal einfach mal eine friedtour machen also quasi nur farben und so wir brauchen eine neue route auf jeden fall eine neue fracht brauchen zehn stunden das mutter fahren ich würde sagen das nehmen zehn stunden das geht so so gute neue rechnung was sieht laut So, dann gucken wir mal, oh, wir müssen schlafen. Kommt auch da gleich, oder? Nee, LKW. Doch, da ist noch ein Bändchen. Ich hätte nicht mal Feuer machen sollen. Gut, ich hätte nicht mal Feuer machen sollen. Biegen nach rechts ab. Jetzt wird es schlafen. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ich muss das bei euch nochmal einstellen. Das ist mir auch zu rätig. So, ach, ich muss schlafen. Also, ich habe mal eine neue Einstellung beim Mikro gemacht. Ich hoffe, dass... Also, ich habe es auch nicht abgehört. Ich hoffe, es funktioniert. Und ja... Ich hatte teilweise manchmal Aussetzer und... ...übersteuern. Hier war ich langsam. Ich habe mich ruhig aufgehört, zu sehr. Biege nach links ab. Boah, das... Das hier rollt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Lass mich doch mal ausreden. Hab ich den jetzt zur Vorfahrt gemacht? Ja, ich hoffe, das wird mir auch noch strecken. Hey! 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 Wahnsinnig! Ich werde noch da vorne schlafen gehen. Immer geradeaus. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Lange müssen wir auf jeden Fall. Ja, da kommt sie hin. Ziemann, meine ich. Nimm diese Ausfahrt. Machen wir auch. Der Lkw vor uns kommt nicht erst ab. Wir glauben vor uns das Licht. So. Was macht denn der da vorne? Du hast gesehen. Das ist jetzt mit meiner Lenkung noch besser. Okay. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Mach mal. Nimm die Ausfahrt rechts. Wieso gehen die immer so in die Eisen? Ja. Wohin, der Typ hat geblinkt. Der hat vorher geblinkt, ey. Der hat geblinkt. Ich dachte, da bin ich doch gut auf. Was ist denn jetzt mit der Lenkung los? Immer geradeaus. Das ist es. Ich dachte, da bin ich doch. Ich werde das. Ich würde das sagen. Ich werde das. Ich werde das. Ich werde das machen. things ab, dann lähe die Fernse. Es ist sehr gut auf. Ich werde das Wasser. Was ist denn nur mit der Lenkung jetzt auf einmal los? Das synchronisiert gar nicht mehr als Lenkrad. Was ist das wegen den neuen Abteil? Wie ist das nicht mal synchron? Muss ich mal nachgucken. Das Video durch haben muss ich mal nachgucken. Das ist nicht mal synchron. Da sollte überhaupt nicht mehr hin. So Leute, so wie das Lenkrad steht hier im Spiel jetzt, ist das überhaupt nicht. Ich verstehe nicht das. Das sollte überhaupt nicht mehr hin. Wie ist das nicht mehr synchron? Wie ist das nicht mehr synchron? Wie ist das nicht mehr synchron? Sobald ich schneller fahre, haut es überhaupt nicht mehr hin. Und wo genau der Wind? Ich kann es nicht mehr nicht mehr vorkommen. Und wo der Wind ist? Ich möchte es nicht mehr vorkommen. immer geradeaus wie gesagt ich nehme ja mal ein voraus auf und jetzt noch eine weile bitte rechts halten bitte links halten 80 fahrt also die links lenken bestimmt nicht mehr nach rechts rechts ja nach rechts das ist synchron nach links überhaupt gar nicht links auch da links funktioniert es dann ist es im korn aber nicht nach rechts die einstellung verstellt oder was doch rechts herrwurzel holt es überhaupt nicht hin da muss ich auch viel mehr lenken stehe ich nicht stehe ich da muss man jetzt abfahren muss man jetzt abfahren aber allerweise gibt es hier auch Rassplätze das rechts lenken das hat das autowart nicht mehr hin mehr drauf ein paar andere wieder auf die wir im die nicht das ist nicht 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 ich nicht Warum? Wer ich da gleich mit dem Video zu Ende ist, werde ich... Das hält überhaupt gar nicht mehr hin. Ich gleich mal die Einstellung. Jetzt müsste es noch ein bisschen klar bleiben, aber... ... im Prinzip haben wir den Dank schneller. Wie man da ist. Wirklich, Leute, das Dach links funktioniert das? Einmal frei? Das Dach links, funktioniert das? Einmal frei? Äh, nach rechts lenken, meine ich. Sorry. Ja, links und rechts. Ähm... Nach rechts lenken funktioniert. Tadellos. Aber... nach links. Erstens übelst schwer. Und zweitens zu ungenau. Hm. Ich weiß mal, der Eidl noch an. Ist ja komisch. Oh. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Die Ausfahrt rechts. Nichts. Außer wenn es... ... wenn wir unter 80 km maß sind. Das funktioniert. wer weiß, wer weiß, wer weiß es nicht. warum hältst du hier vorladen? jetzt so Gas geben wir jetzt schon. es ist schlecht, es ist schlecht. Oh, schon. So, jetzt bräuchte ich mal eine Tankstelle, mir war nicht schlecht, mir war echt mal nicht schlecht. Immer geradeaus. Genau, das war es. Und trotzdem machen wir eine Tankstelle. Meine Tankstelle wäre nicht schlecht, die Sprache, der schwächt. Und trotzdem machen wir eine Tankstelle. Nach links kann es nicht knicken. So, korrekt. 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 Das ist eine Daugestelle, das ist gut. Immer geradeaus. Route neu berechnen. Jetzt funktioniert das. Wenn wir so langsam fahren, funktioniert es. Verstehe ich nicht, was ist denn das von Käse? Leute, was ist denn das von Käse? Wenn wir langsam fahren, funktioniert es. Ich darf ja mal langsam fahren, hier und da funktioniert das. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Immer geradeaus. Jemand hat das jetzt hier öfter spielen, hat jemals auch so ein Problem gehabt. Nach rechts geht das echt wunderbar und ist auch synchron. Aber wie gesagt, nach links funktioniert es. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Ja, machen wir doch. Das ist echt, wenn ich es nicht mehr so ist. Ich brauche doch nicht. Ich brauche doch nicht. Ich brauche Ich bin in stein em F Ages müssen. Noch insgesamt. Ich brauche doch nicht. Das ist ja schön. Ich will den Lehrer mal nach. Den Lehrer will ich ja noch ein Video machen von Quatsch Amerika. Dann muss ich gleich, bevor ich das Video starte. Dann muss ich gucken. Nicht, dass es dann genauso ist. Dann muss ich doch mal derecho. Das hat die Kamera anatas. Ich muss die Kamera anstellen, die man sich über sie nicht mehr Najde. Ich muss mich anstellen, wie ich sage, jetzt gehen wir wieder. Ich muss mich anstellen, weil wir uns nicht hier alles überlassen. Ich muss es, ich muss es die Kamera feststellen. Ich muss sie überall feststellen. Dann kann ich kleinen, die Kamera anziehen. Ich versuche das Bild. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ach, das lenkt so ab, dass die Lenken nicht funktionieren. Ich darf nur noch rechts rumfahren. Dann funktioniert es. Das ist jetzt schon mal vorher ausprobiert. Aber er deckt das da schon drin. Die ganze Zeit funktioniert es. Das ist jetzt die ganze Wüte. Da noch jemand nicht. Das ist jetzt die Wüte. Das ist jetzt die Wüte. Die Wüte. Das ist jetzt die Wüte. Das ist jetzt die Wüte. Das ist die Wüte. Das verstehe ich nicht. Die ganze Zeit funktioniert es. Das ist jetzt die Wüte. Na ja, ist ja alles so schön. Das ist jetzt die Wüte. Das ist eh noch zu viel. Ich muss mal gucken, wie viel Restzeit wir noch haben. sieben stunden wenn wir jetzt schlafen gehen wir müssen durchfahren wenn wir jetzt schlafen gehen zu spät rechts halten und dann ausfahrt rechts nehmen nimm die ausfahrt rechts da schon besser beschleunigt gut Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und jetzt sind wir schnell. Um dann nach links auszuschauen, ist es besser umgehen, oder? Gehen Auto vor denen, gehen LKW vor denen, nichts. Bitte rechts halten. Nimm die Ausfahrt rechts. Gehen Auto vor denen, geht es weiter. Gehen Auto vor denen, geht es weiter. Oh, in der Spiegel kommen, sorry. Gehen Auto vor denen, geht es weiter. Ja, ich kann jetzt auch. Da bin ich jetzt mal auf. Was ist ein Zehn. Das war's. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Die Ausfahrt nehmen. Die Ausfahrt nehmen. Wie funktioniert das jetzt? Das wäre nicht schwierig. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Wie funktioniert das jetzt mit meinem Fahrt? Das ist mein Bedenken. Die Steuerung wurde nicht geholfen. Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Es ist vorbei. So, wir müssen mal gucken. Wer ist jetzt ein bisschen leer? Darf ich jetzt mal heben. Und dann fliegen wir mit aus. Danke. 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 So, wir haben es geschafft. Jawohl. Ja, wir kommen unseren neuen Motor. Können wir langsam weggehen. Gut ihr Lieben, somit bedankt ich mich für euch zu sehen. Für eure Likes. Mega-Tauber an euch. Und gute Fahrt. Tschüss.